Der FC Bayern hat immer schon rumgemäkelt. Ich kann nur sagen, ich war mal 2004, 5, 6, 7 Trainer bei Bayern. Da wurde auch gemäkelt an der Spielweise. Ich war ja nur zweimal Meister und Vokalsieger. Aber das war halt auch nicht gut genug. Also insofern, das hat sich dann halt nicht geändert. Sondern das ist so und das hat man ja auch immer gesagt. Der FC Bayern will ja auch besser sein als der Rest der Liga. Und von daher muss er sich eben auch daran messen lassen. Insofern verstehe ich ja auch nicht die Kritik an Kritikern. Also der FC Bayern spielt halt nicht brauschend. Das ist so. Und er spielt jetzt schon seit über einem Jahr. Mehr oder weniger, ja, zweckdienlich. Aber mehr auch nicht. Aber dass der FC Bayern halt eine Mannschaft wie jetzt Borussia Mönchengladbach schlagen muss.